Lies mir was vor. Der WDR 5 Literatur-Podcast mit Regina Münch. Im Hallengang war es inzwischen von allen Seiten, in allen Ecken lebendig geworden und einige Minuten lang schwirrte es dort durcheinander gleich einem Mückenschwarm in der Maisonne. Dann schwächte sich der Lärm ab, die Klassentüren fielen ins Schloss. Hier und da eilte noch ein Nachzügler an seinen Platz. Einzelne Lehrer, sämtlich in dunkelblauem Frack der für diese Schulen vorgeschriebenen Uniform, schritten grüßend aneinander vorüber oder blieben ein paar Worte wechselnd im Gange stehen. In Eriks Klasse war alles schon mäuschenstill und in schönster Ordnung beisammen, als er mit belebtem Gesichtsausdruck hereintrat. Einen Augenblick lang ließ er, auf dem Katheter stehend, seinen Blick über die blonden und braunen Mädchenköpfe schweifen, die fast alle mit lebhaften und aufmerksamen Augen zu ihm aufschauten. Obgleich er erst zum zweiten Mal auf diesem Platz und seinem jungen Auditorium gegenüberstand, fühlte er doch schon sehr deutlich die Stimmung der Sympathie, die ihm aus allen diesen Augen entgegenleuchtete. Er verdankte sie seinem eigenen Entgegenkommen, denn die da merkten recht wohl das tatsächliche Interesse, das er ihnen als Lehrer zubrachte, den Blonden wie den Braunen, den Klugen wie den Dummen, den Willigen wie den Widerspenstigen. Welche Fehler er auch besitzen mochte, einen wenigstens besaß er nicht, seinen Unterricht wie eine leblose Pflichtmaschine zu absolvieren. Erik schob die blauen Hefte an den Rand des Katheterpultes und sagte, sich niedersetzend, »Die Hefte können wieder verteilt werden. Sie sind zum größeren Teil recht bedauerlichen Inhalts, hoffentlich lautet die Fortsetzung viel besser. In Bezug auf einen Aufsatz möchte ich aber eine Erkundigung einziehen.« Er schlug den Deckel des obersten Heftes zurück und fragte, den Namen ablesend, »Wer ist Ruth Delorme?« Die Aufgerufene schien diese Frage erwartet zu haben, sie hatte sich erhoben, ehe ihr Name von seinen Lippen gefallen war. Er richtete einen bestürzten Blick auf sie, es war der Bacchusknabe aus dem Schulhof. Jetzt freilich machte sie nicht mehr so ganz den kuriosen Eindruck. Das ordentlich zusammengenommene Haar und der Klassenernst auf ihrem Gesicht störten ihn, vielleicht auch, dass sie die Augen niedergeschlagen hatte. Am liebsten wäre ihr Erik mit der Hand über das Gesicht gefahren, wie um eine Maske abzustreifen, damit er darunter die wirkliche Ruth zu sehen bekäme. Aber das wäre dann der mutwillige, lachende Junge von vorhin gewesen, und das deckte sich so wenig mit der Vorstellung, die der Aufsatz von ihr weckte. Das wunderliche Geschwätz der Mädchen am Brunnen fiel ihm ein. »Unmöglich«, entfuhr es ihm. Sie sah verwundert auf. »Doch«, sagte sie. »Das kann sie, sie kann Ferse machen«, riefen einige Stimmen. Man konnte es ihnen anhören, wie stolz sie auf diese Schwarzkunst waren und wie interessant sie das unerwartete Intermezzo fanden. »Ferse, das ist ja möglich«, gab Erik zurück. »Auch sind sie keineswegs schön, ganz das Gegenteil davon. Aber ein Schulmädchen?« Er brach etwas verlegen ab und ärgerte sich. Die Bemerkung war auch gar zu einfältig. Schulmädchen waren sie ja alle, und eine von ihnen musste es doch gewesen sein. »Musste?« Da kam ihm der Gedanke, »vielleicht ist es gar kein selbstständiger Aufsatz.« Er blätterte im Heft zurück. »Es ist noch ein früherer Aufsatz drin, etwas Literarhistorisches. Der fällt stark dagegen ab, lauter, mühsam nachgezogene Linien und falsche Linien. Es geht die Sage, dass bei den Aufsätzen nicht immer fremde Hilfe verschmäht wird. Sollte das nicht die Lösung des Rätsels sein?« Während er aber noch sprach, war er schon überzeugt, dass er sich irrte, und dass sie sich sogleich auftrotzen und mit beleidigtem Stolz behaupten werde, ihr habe niemand geholfen. Jetzt schüttelte sie auch wirklich den Kopf und sagte, »Mir hilft niemand.« Aber wieder schaute er betroffen auf. Wie klang das? Gerade so, als habe sie unter Tränen gesagt, »Ich bin ja so Mutterseelen allein.« Ein stiller Ton war darin, der ihn rührte. Etwas so ganz Neues, Unerwartetes, was er wieder mit dem Übrigen nicht zusammenreimen konnte. Es litt ihn plötzlich nicht mehr auf dem Katheder, in der ruhigen Haltung des Lehrers. Ein zwingendes Gefühl von Interesse fand gleichsam seinen Ausdruck darin, dass er herabstieg und zu ihr hintrat an die Bank in die Mitte der Übrigen. Als er dicht vor ihr stand, ward er sich einer Übereilung bewusst und kehrte, wenn nicht zum Platz, so doch zur Rolle des Lehrers zurück. »In der Änderung des Titels und der Anwendung von Versen liegt eine auffallende Abweichung vom Vorgeschriebenen. Hier galt wohl eine Ausnahme, die mein Vorgänger machte,« fragte er. »Er zog sie vor, sie durfte tun, was sie wollte,« schrien einige. »Sie gehört nicht mehr zur Schule, sie kommt nur zu einigen Stunden,« riefen andere. »Ich gehe bald fort,« sagte Ruth. »Fort? Vom Ort?« fragte er, und ein brennendes Bedauern überfiel ihn. Sie hob die Augen. »Nein, nur aus den Stunden.« Wie beider Blicke sich trafen, sah er ihr Gesicht aufleuchten. Nicht nur die Augen taten's, das Leuchten ging über Stirn und Augen wie ein Lächeln, obschon sie ernst blieb. Der Klassenausdruck fiel von ihren Zügen wie ein vorgehaltener Schleier. Er gab ihr einen Wink, sich zu setzen. »Das ist sehr schade,« meinte er dann, ein paar Mal auf- und abgehend, und es war ihm selbst nicht klar, für wen es eigentlich schade sei, ob für den Lehrer oder für die Schülerin oder für alle beide. Doch setzte er rasch hinzu, »Es ist zu früh, ein Zeichen von Reife ist der Aufsatz nicht.« Dann richtete er, mit dem Aufnehmen des Unterrichts, keine Bemerkung mehr an sie, vermied es auch, während der Stunde ihren Namen aufzurufen, obgleich es ihn beschäftigte, dass sie fortgehen wollte. Aber er begriff, dass dies lebhafte Interesse für ein merkwürdiges Kind, wenn es auch ausschließlich den Erzieher in ihm reizte, von ihm selbst erst völlig beherrscht werden und in ihm selbst sich erst völlig geklärt haben musste, er daran zu denken war, ihm vor einigen Dutzend neugieriger Mädchen Augen nachzugeben. Er kannte sehr wohl die üblichen Schwärmereien für den Lehrer, zweifelte auch nicht daran, dass auch er bereits Gegenstand solcher Schwärmereien sei, hielt aber doch möglichst daran fest, sich nicht durch sein Benehmen zu verraten, wenn einmal eine kleine Schülerin Eindruck auf ihn machte. Was doch unvermeidlich geschah unter Menschen von Fleisch und Blut. Ruth saß still auf ihrem Platz und folgte seinen Worten und Bemerkungen mit verträumten Augen. Sie war eine ziemlich zerstreute Schülerin und so nahm sie auch jetzt im Grunde nichts von dem auf, was er vortrug, sondern merkte sich nur die Art, wie er vortrug und die ihm eigentümliche Gebärde der Hand dabei. Dass er schmale, nervige Hände von edler Form besaß, dass sie aber leicht gebräunt waren, wie bei einem, der sich viel der Luft und Sonne ausgesetzt hat, merkte sie. Und es kam ihr wie ein Widerspruch vor, der sie beschäftigte. Die gerade, etwas steile Linie seiner Schultern prägte sich ihr ein wie ein Bild. Und dann, dass ihm das Haar beim Sprechen in einem straffen kleinen Büschel in die Stirn fiel und er es stets mit einem kurzen Ruck zurückwarf, wobei der Kopf ein wenig hochmütig oben blieb. Es war kurzgehaltenes, schlichtes, dichtes Haar und es ärgerte sie förmlich, dass es sich nirgends ein klein bisschen locken wollte, nur ein bisschen. Im Gedanken ließ sie ihm lange Locken wachsen, die sahen aber drollig aus und so schnitt sie sie ihm wieder ab. Darüber musste sie lachen, sie hätte fast laut aufgelacht und der Sicherheit halber stützte sie den Mund auf die Hände. Aber bei alledem sah sie nicht aus, als ob sie sich in losem Mutwillen mit solchen Äußerlichkeiten beschäftigte, sondern als Sinne sie angestrengt und ganz in sich vertieft einem schwierigen Problem nach. So hatte sie schon neulich in seiner ersten Stunde dagesessen, von ihm unbemerkt. Ruth machte noch immer dasselbe verträumte, nachdenkliche Gesicht, als nach Beendigung des Unterrichts sich ein ganzer Schwarm von Mädchen zum Heimgehen um sie drängte. Sie hatten diesen Augenblick kaum erwarten können, denn nun sollte Ruth ihnen ja den unglücklichen Zeigen, der aller Fantasie beherrschte. Arm in Arm hintereinander und mit den Ranzen schlenkernd gingen sie lachend und schwatzend die Straße hinab und bogen in den Jewski-Prospekt ein, Ruth vorauf und ohne auf sie zu achten. Einige sahen sich vorsichtig um, ob ihnen auch niemand Folge auf den Wegen, die sie Ruth führen sollte, aber die Straße war ziemlich menschenleer, nur ein paar Dienstmädchen, die den Verwöhntesten den Schulsack trugen, folgten in bescheidener Entfernung und hinter diesen sah man Erik herankommen. Eigentlich ist die Ruth doch eine glückliche, sagte die hübsche Vera zu ihrer Nachbarin, dass sie solche Geschichten treiben kann. Ich glaube, ihre Verwandten kümmern sich gar nicht drum. Ja, es ist ganz anders, wenn man noch Eltern hat. Puh, ich schäme dich, empörte sich das Mädchen, das neben ihr ging und stieß sie mit der Frühstücksbüchse in die Seite. Es ist doch ein schreckliches Unglück, seine Eltern so früh zu verlieren. Die Arme Ruth. Denke nur, wo sie von ganz klein auf schon alles gewesen ist. In Belgien und Deutschland und immer unter fast Fremden. Ja, da kommt man eben auch weit herum, beharrte der gemütlose Backfisch. Sogar in einer Schweizer Pension ist sie gewesen und gerade da möchte ich so gern hin. Sogar in einem Glaspalast hat sie einmal gewohnt, behauptete eine von ihnen etwas unsicher. Ein schallendes Gelächter erhob sich. Ja, im Traum, das ist doch nur ein Märchen, das sie erzählt hat. Höre nur, Ruth, das hält sie für Wirklichkeit. Da kommt er, sagte Ruth mit einem Malen. Das Wort fiel wie ein Schrotkorn in einen Haufen lärmender Spatzen. Im ersten Augenblick stoben sie fast auseinander, aber dann sammelten sie sich wieder, räusperten sich, zupften an ihren Kleidern, reckten die Hälse und die meisten von ihnen wurden Ruth. Hier der Blonde? Nein, der Herr im Zylinderhut. Es war keiner von beiden. Ruth blickte ernsthaft geradeaus und einem Herrn ins Gesicht, der auf sie zuschritt. Ein junger, brünetter Mann im hellen Sommerüberzieher mit etwas verlebten Zügen, einem kleinen Schnurrbart und mandelförmigen Augen. Er schien wie geschaffen zum Helden der Tragödie. Darüber waren alle einig. Aber während sie ihn noch anstarrten wie ein Meerwunder, geschah vor ihren Augen das Ungeheuerliche, woran sie eigentlich doch nicht im Ernst geglaubt hatten. Ruth grüßte ihn. Ganz ernsthaft grüßte sie ihn, ohne eine Miene zu verziehen, aber doch so wie einen alten Bekannten. Ein halbes Lächeln glitt über sein Gesicht. Er hatte sie fest fixiert. Jetzt griff er eilig an den kleinen, runden Filzhut und grüßte wieder. Ziemlich vertraulich tat er das. Die hübsche Vera schrie fast auf vor Überraschung und Vergnügen. Sie war feuerrot geworden, und um ihrer Herzensbewegung Herr zu werden, musste sie ihre Begleiterin unwillkürlich in den Arm kneifen. Ein paar von den anderen aber hielten sich von der Gruppe etwas getrennt. Sie genierten sich sichtlich, gingen verlegen neben dem Trottoir auf dem Straßendarm einher und schlugen die Augen nieder. Doch fand der heldenhafte Unbekannte noch eine beträchtliche Anzahl unter ihnen, die mit Augen und Minen das Spiel fortsetzten. Während er mit ganz verlangsamten Schritten an ihnen vorüberging, flogen Blicke und Lächeln zu ihm hinüber, empfingen deutliche Antwort und wurden wiederholt. Ein paar Köpfe drehten sich auch noch nach ihm um, und auch er wurde nicht müde, zurückzusehen. Nein, das ist aber zu arg, brach eine von den Sitzsamen auf dem Straßendarm los. Es ist geradezu sündhaft. Ach du liebe Tugend, wir sind es ja gar nicht gewesen, die angefangen haben. Ruth hat es getan, sie hat ihn gegrüßt. Wenn sie jetzt auch so gleichgültig drauf losgeht, als ging es sie nichts an. Ja, was schadet's denn auch, verteidigten mehrere ihr Benehmen etwas betreten. Gewiss schadet es, abgesehen davon, dass es sündhaft ist, behauptete die Sitzsame. Hast du nie gehört, dass man nicht geheiratet wird, wenn man ein Verhältnis gehabt hat? Ja, sie hat ganz recht. Es bringt uns in Verruf, half ihr eine zweite. Und der da würde euch gewiss nicht heiraten, bildet euch das ja nicht ein. Er kann euch ja auch gar nicht alle heiraten, setzte sie schlagend hinzu. Einzelne suchten zwischen den Streitenden zu vermitteln. Es ist doch alles nur Unsinn, eine bloße Fantasiegeschichte. Also lass doch. Morgen in der Frühstückspause spielen wir mit verteilten Rollen weiter. Dann ist wieder eine von uns der edle Unglückliche und alle Gefahr ist vorbei. Nein, nun ist es keine bloße Fantasiegeschichte mehr. Du hättest ihn uns nicht zeigen sollen, Ruth. Diese zuckte ungeduldig die Achseln. Das kann ich nicht so trennen. Wenn wir es spielen, leben wir es ja auch. Aber macht es doch, wie ihr wollt, sagte sie zerstreut. Nein, erst musst du es weiter ausdenken. Eigentlich ist es auch sehr lustig. Gerade als ob man zweimal lebte. Einmal zu Hause und in der Schule und dann noch einmal ganz woanders, wo alles gerade so ist, wie man sich's ausdenkt. Aber diesen Weg wollen wir lieber nicht wiedergehen. Ach, seid ihr Feiglinge, rief Jera dazwischen, die sich bis jetzt nicht am Streit beteiligt hatte, weil sie sich noch mit dem Unglücklichen zu tun gemacht hatte, der irgendwo an einer Straßenecke stehen geblieben war. Ich finde diese Geschichte tausendmal interessanter als all die Fantastereien drumherum. Was hat man denn von denen? Sie amüsieren uns nur, wenn man uns eingesperrt hält. Über ihrem Hin- und Herreden beachteten sie es gar nicht, dass sie an Ruths Wohnung am Isaaksplatz angelangt waren. Das heißt, dass die meisten von ihnen sich recht beträchtlich von ihrem eigenen Heim entfernt hatten. Sie liefen gewohnheitsmäßig mit wie eine Hammelherde. Ruth selbst aber war geradewegs nach Hause gegangen. Jetzt blieb sie zaudernd stehen und kämpfte zwischen der Lust, in eine Seitenstraße einzubiegen und der Notwendigkeit, zur gewöhnlichen Stunde bei ihren Verwandten einzutreten. Bis zu Tisch blieb noch viel Zeit, einen Vorwurf zog sie sich nicht zu und was ihr jetzt vorschwebte, war süß und lockend gleich einem Frühlingsmärchen. Aber es gab da etwas anderes, was sie zurückhielt. Wenn sie jetzt hinein ging, so blieb sie, wie immer, gänzlich unbemerkt und unbeachtet im ganzen Hauswesen. Wenn sie dagegen bis zum späten Mittagessen fortblieb, so wurde sie vielleicht bemerkt, befragt, belästigt. Und das entschied. Wie eine jener kleinen Insekten, die zum Schutz vor feindlichen Mächten die Farbe des Holzes oder des Laubes annehmen, auf dem sie sitzen, so verhielt sich, halb unbewusst, auch Ruth gegenüber ihrer Umgebung. Es war ihre Art, sich zu wehren. Ruth löste sich aus der schwatzenden Mädchengruppe und verschwand hinter den hohen Türflügeln eines umfangreichen steinernen Gebäudes, vor dem ein Soldatwache stand. Eine Abteilung des Kriegsministeriums lag darin, nebst mehreren großen Kronswohnungen, wovon Ruths Onkel, der Staatsrat war, eine inne hatte. Ihr Verschwinden gab das Signal zum allgemeinen Aufbruch. Jetzt erst erschraken manche über die lange Versäumnis und suchten laufend eine Pferdebahnlinie zu erreichen oder unterhandelten mit den Droschkenkutschern, die sie sofort um sie sammelten und laut schreiend einander nach Möglichkeit unterboten. Bis morgen vermissten sie Ruth nicht mehr. Sie hatten sie ausgezeichnet, unterhalten, sich ordentlich echauffiert. Morgen, wenn sie nach neuer Nahrung begierig waren, kam sie wieder. Von Kürач